Musik Es war Nacht in Los Angeles, die Strasse war menschenleer, der Wind war stark, ein Plastiksack flog mit Blättern. Plötzlich sah man zwei dunkle Gestalten. Sie brachen um Mitte nach dem Casino ein. Komm, wir schlagen sie auf und nehmen das ganze Geld raus. Ja, aber okay, aber nicht so laut. Hol den Hammer aus deinem Rucksack. Hä? Du hast denn den Rucksack? Was für ich? Du hast den Rucksack mitgenommen. Wow, jetzt hat keiner den Rucksack dabei. Der Wachmann wird vor dem ganzen Lärm geweckt. Wer ist da? Schnell, verstecken wir uns. Hier gibt eben die Polizei. Was sollen wir jetzt machen? Nimm die Aufziehmaufe vor. Zieh sie auf und zieh sich durch den Wachmann. Die Aufziehmaufe geht Richtung Wachmann. Es ist im Moment gerade 0.45 Uhr. Ach, das muss wahrscheinlich die Maus gewesen sein, die den Lärm gemacht hat. Der Wachmann geht wieder zurück und schläft schnell wieder ein. Da haben die Tätern Glück gehabt und gehen wieder zum Spielautomaten. Glück gehabt. Komm, der Luca, wir müssen schnell machen, bevor der Wachmann wiederkommt. Der Wachmann wiederkommt. Sie gingen wieder zum Automaten und schlugen den Spielautomaten mit dem ganzen Geld auf. Was geht jetzt draußen? Das reicht nicht nur für die Polizei. Mach mal schneller, die Lame Ente. Ich bin ja schon draußen. Du bist die Lame Ente. Die Täter rannten raus, gingen zu ihrem Wagen und fuhren weg. Der Wachmann ist am Telefon. Die Polizei nimmt ab. Hier ist die Polizei. Was können Sie tun? Zwei maskierte Leute waren hier und haben mich ausgeraubt, beziehungsweise den Automaten aufgeschlagen und das ganze Geld rausgenommen. Okay, wir kommen gleich. Machen Sie bitte schnell. Der Wachmann hat die Polizei angerufen und die Polizisten sagten, dass sie gleich kommen. Nach einer Zeit kamen die Polizisten. Jason von der Kriminalpolizei und das ist Officer Saddell. Die zwei Täter haben den Automaten zusammengeschlagen und nahmen das ganze Geld raus und fuhren mit ihrem Wagen weg. Haben Sie ein paar Hinweise gesehen, zum Beispiel welche Automarke oder Haarfarbe? Ja, ich denke, dass es ein Fiat war. Okay, danke für die Information. Haben Sie noch andere Infos? Ja. Die Polizisten kamen und sie fragten nach Hinweisen, wie zum Beispiel mit welchen Wagen sie wegfuhren und so weiter. Sie haben einen Termin morgen um 6 Uhr gemacht bei der Wache und besprechen die weiteren Informationen. Am nächsten Morgen ging der Wachmann zu der Wache. In der Zwischenzeit sind die Täter bei ihren Hütten ein bisschen abgelegen von Las Vegas angekommen. Colin, komm, wir zählen, wie viel Geld wir haben. Nimm das Geld mal raus. Ähm, ich hab das Geld nicht mal. Du hast es ja mitgenommen. Oh mein Gott, wir haben das Geld vergessen. Wo hast du das Geld wieder hingelegt? Mit dir zu arbeiten, ist es eine Katastrophe. Mit dir zu arbeiten, ist es eine Katastrophe. Aber egal. Ohne zu streiten, müssen wir schnell das Geld wiederfinden, bevor es jemand anderes findet. Die zwei Diebe suchten das ganze Haus ab und zudessen auf der Wache. Okay, wir brauchen noch mehr Informationen über den Überfall im Casino in Los Angeles. Ähm, ja, es war ein Fiat-Wagen. Ein Mann und eine Frau. Die Frau hatte orange Haare und der Mann hatte eine halbe Glatze. Sie fuhren die 100 Vegas-Fund. Und die Besitzin des Casino-Estarat-Handler, das alles weiß ich nicht. Danke für die Informationen. Wir sagen Ihnen Bescheid, wenn wir die Täter gefunden haben. Auf Wiedersehen. Nachdem der Wachmann vorgegangen war, diskutierten die Polizisten, wie sie vorgingen. Jason, ich rufe mal Althana an und sage, dass sie kommen soll wegen der Überwachungskamera. Gute Idee. Cedric und Dizke gehen schon mal zum Casino und rufen nach Detektiv Prag an. Okay, ich sage dir Bescheid, wenn ich noch mehr weiß. Polizist Jason und Cedric rufen den Detektiv Prag an und gehen zum Casino. In der Zeit ruft Polizistin Christina, Besitzerin vom Casino an. Hallo, hier spricht die Kriminale mit, sei Christina. Hallo. Sind Sie die Besitzin vom Casino Los Angeles? Ja, die bin ich. Wieso? Gibt es ein Problem? Ja, ihr Casino hatte gestern Mitternacht ein Überfahrt. Das ganze Geld von Spielautomaten wurde geklaut. Nein, da drinnen waren 5 Millionen Dollar. Ja, wir müssen jetzt herausfinden, wer es war. Können Sie jetzt ins Casino kommen, damit wir mal die Überwachungskamera anschauen können? Ja, ich komme sofort. Polizistin Christina hat sich schon mal bereit, um die Züge zu besuchen. Und mit Altan und Überwachungskamera zu schauen. In dieser Zeit sind Polizist Jason und Cedric mit dem Detektiv Prag und schauen, ob sie Spuren entdecken können. Haben Sie schon was gefunden, Detektiv Prag? Hier ist ein Handabdruck und ein Fingerabdruck. Der Detektiv hat zwei Abdrücke geholt und nimmt das vorsichtig mit einer Folie ab. Die Besitzerin und die Polizistin sind angekommen. Guten Tag, Aratana. Schauen wir uns mal die Überwachungskamera an. Ja, klar. Die zwei schauen sich das an und die Polizistin meint. Cedric, sind das nicht die zwei Täter, die wohl jemanden getötet haben? Doch, sie wurden vor zwei Wochen entlassen und schon machen sie wieder Ärger. Danke, dass wir das anschauen durften. Wir sagen Ihnen, wenn wir die Täter gefangen haben und die Casino wird danach auch noch schnell gebaut. Nicht zu glauben, die Täter wurden vor zwei Wochen entlassen und machen wieder Ärger. Die Kriminalkolizisten wissen, wo die Täter sich abhalten, weil die Täter auch mal beim Kriminalgefängnis waren. Polizist Jason und die Verstärkung und die Polizisten sind bereit, die Täter gefangen zu nehmen. Verstärkung und die Polizei sind bei ihrer Hütte. Sie gehen langsam rein. Okay, jetzt stehen. Ich zähle auf drei, dann treiben wir zu. Eins, zwei, drei. Lass mich los. Los ins Auto mit ihm. Polizisten bringen die Täter ins Auto, nehmen das Geld, die Verstärkung bleibt bei der Hütte und untersucht weiter nach anderen Sachen, die vielleicht die Täter nicht verloren haben. Wow, alles wegen dir, der Luca. Super geliebt. Er ging in Aratana an und sagte, dass sie die Täter haben und dass sie morgen zum Liste gehen sollen. Am nächsten Tag beim Gericht. Was ihr getan habt, war falsch. Ihr habt das ganze Geld auf Autobahnen geklappt von Besitzern in Aratana und davor noch jeweils getötet. Das gilt für Lebenslauf ins Gefängnis. Alles wegen dir, du lahme Ente. Danke, dass ihr die Täter gefangen habt. Das haben wir gerne gemacht und ihr Casino wird Ende Februar fertig. Danke. Somit ist der Fall gelöst. Ab zum nächsten Fall.